Hi Leute, ich bin Kineko. Das ist meine GoPro bzw. eher Dashcam. Das ist noch von Appermann. Eine ganz alte, von Arno Dazuma. Ich habe keine Ahnung, wie alt die schon ist. Ja, kurzes Video, weil hier soll das Unterwasser-Modul dafür. Morgen geht mein Geburtstagsüberraschungstrip los. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Meine Freundin hat mich eingeladen. Also ich konnte mir aussuchen was zum Geburtstag. Und ich habe mir halt gewünscht, dass wir zusammen einen Ausflug machen. So ein schöner Mädelsabend. Ich bin so ein Mädelsausflug. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht, wo es hingeht. Mir wurde nur gesagt, ich soll die GoPro mitnehmen und die Digitalkamera und vielleicht eine Taschenlampe. Sicherlich was zu essen, was zu trinken. Ein bisschen Moneten, was man halt so macht. Und dann soll ich mich überraschen lassen. Ich weiß wirklich nicht, wo es hingeht. Es wird auf jeden Fall was richtiges Geiles. Obwohl ich ehrlich bin, wie ich mit einer Freund unterwegs bin, wird es immer richtig geil. Ja, würde ich mir von euch gerne wissen, ob ihr Bock habt, dass ich das mal filme, was wir so alles erleben und hochlade. Ich hoffe ja, ihr habt genauso viel Spaß dann wie ich bei dem Video. Beziehungsweise eigentlich habe ich schon tierisch Angst davor, was mich morgen erwarten wird. Auf der Seite bin ich gespannt. Ich habe Angst, bin nur neugierig. Aber ich weiß genau, es wird immer was zu lachen werden. Und selbst wenn das, was meine Freundin geplant hat, nicht klappen sollte, keine Ahnung, lasse ich was einfallen, Anlage geschlossen, Stoben, Wasserschäden, keine Ahnung, was es also gibt, ne. Dann wird es trotzdem lustiger Tag, ganz ehrlich. Ich bin gespannt, was wir machen. Und es ist heute das Video kurz, aber knackig. Wie gesagt, Ausflug! Wie gesagt, ausflug! Wie gesagt, ausflug! Wie gesagt, ausflug!